Wir gehen wir uns mal nach Österreich. Die älteste Boy-Group in Österreich. Von uns ab und zu von uns ist sie auf Bühne. STS, ja genau. Wisst ihr alle, was STS heißt? Bitte? Ja, Fürstenfeld. Ich glaube eher, dass da ein halbes Feld. STS heißt nicht Steinheger, Tequila und Sligowitz, gell? Wenn wir Silvester gemütlich zusammensitzen bei vier, fünf Flaschen Sekt, dann kann's passieren, dass ich allein vier Flaschen trink, weil mir der Sekt so furchtbar schmeckt. Mir geht's da nicht um den Alkohol. Ich trink auch ein Spezi oder ein Kinderpol. Ich hab halt nur ein Problem. Es ist die Flüssigkeit. Wenn ich zu viel trink, dann hab ich's meistens aufbereit. Mit meiner Prostata. Es regt mich ab, als es mich beim Bieseln allweil brennt. Prostata. Das ist mir klar, wenn du zu viel trinkst, oft aufs Häusel rinnst. Prostata. Da hilft kein Salm, da hilft kein Zapferl und kein Creme. Prostata. Prostata.